Hier sind die Gewinner der Genre-Kategorie Bestes Rollenspiel bei den GameStars 2013. Auf Platz 5 Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Auf Platz 4 Pokémon X und Pokémon Y. Auf Platz 3 Path of Exile. Auf Platz 2 Nino Kuni Der Fluch der Weißen Königin. Und auf Platz 1 von unseren Lesern gewählt Diablo 3. Wir gratulieren den Gewinnern und bedanken uns bei allen Teilnehmern, die bei den GameStars 2013 für ihre Lieblingsspiele gestimmt haben.